Und es wäre vielleicht sogar unfreundlich von uns, wenn wir die Haut da nicht annehmen. Hab ich darüber noch gar nicht gedacht. Ja. Die Föreste. Ja, unsere kleine Festung sieht aber schon ganz schnuckelig von hier oben aus. Ja, stimmt. Oh, ich habe mein letztes Stück Rüstung gerade gefunden. Oh, ich habe mein letztes Stück. Da kommt ein Eingeborener zu dir. Noch einer. Ja, die haben noch nicht mitbekommen, dass wir gar keine Knochen mehr brauchen. Hier oben liegt auch noch einer. Ja, ich schiebe gerade noch meinen Wagen. Hast du sie alle? Ja. Na, dann nehme ich deinen Wagen. Ich würde gerade auch vorschlagen. Danke. Dachlandschildgröte. Wie viel Rüstung hast du? Ich bin voll. Ja, ich stehe. Wenn es weitergeht, brauchen wir eine Knochenschale. Wie viel Rüstung hast du? Ja. Ja. Wie viel Rüstung hast du für Rüstung? Ja. Wie viel Rüstung hast du das. oh was zu trinken sehe ich gerade oh oh Oh, oh! Wie bitte ist wieder ein eingeborener. Hätte ich aber, glaube ich, noch nicht gesehen. Sind sie zwei. Oh, die dicke Seite ist schon fertig, die Mauern. Ich müsste aber jetzt Wasser holen gehen. Hm, der will wieder gehen. Brauchst du noch einen Knochen? Ähm, nein. Da müssen wir einen Knochenbehälter machen. Obwohl, wieso? Ja, irgendwo müssen wir die Knochen ja lagern. In einem gewissen Grade geht das ja noch im, ähm, eigenen Invi. Aber irgendwann ist ja vorbei. Äh, gucken. Muss ich mal gucken, wo das ist. Auch noch. Auch wieder. Ah, da ist er. Knochenkorb. Da muss noch ein Ast rein und dann ist er fertig. Ist denn? Mach! Ach! 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 Schau, schau. ja komm lass uns mal in richtung see laufen damit auch zu trinken kriegen müsste so in dieser richtung liegen wird ja schon wieder nacht dann denkst du kommen die mutanten noch nicht raus kann ich noch nicht sagen ich meine das wäre spät da haben wir noch zeit für bleibst du hier das ist in der volt weg der rollen ja und verschämt mal wo ist das wasser da ist das wasser das muss ja entschuldigung da unten ist er und komme direkt hier ein feuerchen noch machen neues tier entdeckt was habe ich denn jetzt für ein tier entdeckt wahrscheinlich eine fischsorte erst habe ich keinen mehr dann müsstest du so dann gucken wir mal dass wir uns mit wasser versorgen kann man eigentlich direkt auch mal eine eidechse reinhauen so komisch aus mit der eidechse schwanz so raushängen ich habe ich auch ein fisch habe ich auch mal in die haaren na gut ach du fischsuppe so hier wenn du noch platz hast kannst du noch ein bisschen gern der nächsten topf manchmal den wasserschlauch voll ja ich brauche noch und so den topf erst mal trinken noch eine feder fliegen sind und trink ich hab den sehen nicht an fischen leer weil sonst wachsen keine nach ja die vermehren sich wir sind aus dem meister aus dem scheiß eingeborene und runter jeden schritt zurück locken einfach runter also meiner ist voll der trinkbeutel ich brauche ja noch ein saal kann ja morgen machen ja kommt wieder einer kommt runter kommt da kommt runter kommen lassen ja da sind das feuer laufen wir wollen uns ja nicht beschweren für die freiwillige spende da hat mich auch wieder dezimiert zwei rüstungspunkte wie viel rüstung hast du ich habe ein fehlt mir ja dann müssen ja zwei drauf liegen der eine habe ich mir schon genommen ja da kommt der nächste ach ja da kommt auch freiwillige spende hier wieder ich kann nix dafür ist in meinen pfeil rein gerannt wo sie den vogel erwischen habe ich eigentlich auch wie viel stoff hast du noch wie viel stoff hast du noch ich dachte ich hätte was gesehen äh einen ein stoff okay das gibt es ja nichts mehr kommt man zwar zurück zu unserer zuhause laufen ein bisschen zu steil wer ist ich muss system kann man Ich baue mal ein Bett. Ich habe schon wieder Besuch. Oh. Ja, da braucht man noch ein Seil. Und du hast doch noch ein Seil, ne? Seil und Stöcke brauchen wir noch. Dann ist das Bett fertig. Dann können wir hier speichern. Ja. Habe ich schon. Oben ist noch einer. Die haben mich aber wieder ordentlich dezimiert. Guckst du hier nach den Knochen? Jo. Ich habe nicht mehr genug Knochen gehabt. Äh, Knochen. Was war ich mal? Stoff. Stöcke. Stöcke. Achso. Ja, nimm du diese Stöcke. Ah, wir gehen morgen, sobald es wieder hell wird. Gehen wir zum nächstgelegenen Dorf. Muss mal gucken, wo eins ist. Hast du nicht noch Stöcke? Ne, ich habe auch nichts mehr. Also, wenn wir hier am Fluss entlanglaufen, kommen wir zum Dorf. Okay. Okay. Ja, bitte. Na, da oben. Oh, drei. Oh, drei. Ich muss direkt eine milde Spende machen. Ey. Nicht ins Haus. Oh, ein Käseigel. Ah, der ist weg. Wenn wir gleich wieder Besuch bekommen. Oh, lass ihn mal kommen. Wobei die Base noch ein bisschen weiter fortgeschritten ist. Kannst du noch Knochen tragen? Ja, ja. Ich kann die Knochen noch sammeln. Wenn wir die Brücke ja so oder so abreißen, dann kommen die nur ganz schwer darüber. Ja, durchs Wasser gehen sie ja nicht. Wenn sie schwimmen müssen. Dann sind wir da hinten im Prinzip safe. Ne, mehr kann ich auch nicht mehr nehmen. Hast du noch einen Stock gehabt für den Knochen? Dann mach den auch fertig. Ach, ja. Aber das ist eigentlich Zufall, dass sie uns hier sehen. Na, also... Im Prinzip lassen die uns ja schon in Ruhe. Hm. Komm, wieder zwei. Gucken, ob sie so ein Zehn. Ne, haben wir uns nicht gesehen. Ah, ja. Können wir auch nochmal draufhauen. Na, vorbei. Ah, der war getroffen. Machst du auch noch was zu essen? Hm? Okay. Wollen wir los? Yep. Kanarures. Kanarures. Ah, hinter uns ist er. Und ein Hälschen. Läuft auch nur hinter, ja. Hey, ich will den Zahn. Ah, super. It's waning. Halleluja. Läuft, Räuf. Schläufe. Spiel die Messier an. Sagot, am вн Laust. Das war's. Läuft, Räuf. Spannende. Sägerst du Schein an. hmm davon war ne Höhle oder? ja ach du ich speicher mal würde ich dir auch empfehlen hab ich was machst du da? hab versucht das kaputt zu machen den stein äh bei mir war da irgendwie ein Grill oder sowas Seile hab losgefangen hm hast ja wieder ein Rüstungspunkt mehr wo sind Seile? äh hier hinten der letzten Kabine und vergess dich die effigies raport zu machen ne? da ist immer Seil dran äh Seil dran Stoff dran jetzt ich hab schon wieder acht Stoff aber viel war die Ausbeute nicht wo sind das nächste? hm 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 dann müssen wir jetzt von hier aus genau landeinwärts laufen hier haben wir noch ein Effigie jo Effigie äh weiß